Der Wettbewerb ist erst morgen. Sagt mal, Kinderchen, würdet ihr mir helfen, die Plakate aufzuhängen? Klar, Frau Volumna. Wo sollen die denn hin? An jeden Stand 1. Sollen wir gleich bei Ihrem Stand beginnen, Bastia? Bien sûr. Das wäre ganz wunderbar. Hier ist das Klebeband. Na dann. Großer Marktstand-Wettbewerb auf der Neustädter Woche des guten Geschmacks. Wo gibt es die leckersten Dinge zu essen? Stimmen Sie ab, welcher Stand gewinnen soll. Was kann man denn gewinnen? Ihr gar nichts. Der Standbesitzer gewinnt doch. Eine Reise aufs Land mit Freunden. Verpflegung inklusive. Was? Wie viele Freunde dürfen denn da zusammen fahren, Frau Volumna? Äh, also, das wurde gar nicht festgelegt. Oh, Mensch, Moni, Marita, das ist das Wunder, das wir brauchen. Ja. Wunder? Sagt mal, ist euch die Schokobananen-Creme zu Kopf gestiegen? Selbstverständlich ist den drei nichts zu Kopf gestiegen. Es ist nur so, dass man mit dem Preis, den es hier zu gewinnen gibt, die Klassenfahrt retten könnte. Das erklären Bibi, Moni und Marita auch sofort der verdutzten Frau Volumna. Denn die drei Freundinnen sind sich bereits einig, was sie tun werden. Wir machen mit bei dem Wettbewerb. Sensationell. Habt ihr euch das auch gut überlegt? Bitte? Vielen Dank.